Krampfenbruder, warum bettel ich hier eigentlich, du kleine Bitch, du weißt bestimmt, dass du hier keine Punkte kriegst Und das ist ganz schnell erklärt, denn er weiß halt nicht, was ein Tag ist Du tust mir leid, der gewinnen bist du leider nicht Und ich dachte, ich hab im RBB Classic einfach keine Chance Zum Glück hab ich erstmal nur so ein Opfer bekommen Also ernsthaft, scheiß auf deine Quali, was sagst du da, ein dummer Text und fast viele Vergleiche wie Flowfehler Für den Sieg gegen mich findet er noch keine Lösung, wenn wer dich feiert hat Irgendwelche kranken Störungen, ich werd ihn hier rasieren, Junge, glaub mir, ich kann das Leute halten nicht nur wegen deinem Namen von dir Abstand Ich hab doch nicht mal richtig angefangen, doch du hast jetzt schon Angst, denn unser Skillunterschied ist Kilometer lang Und was ein kranker Name, halt die Fresse, ja ich weiß, denn nach meiner Runde bist du safe krankenhausreif Du kannst nicht growl, deshalb halt dein Maul, alles was du machst ist ziemlich scheiße Junge, ich werb dich einfach raus, also perpist dich aus diesem Turnier Ich dachte wirklich, ich werd erste Runde fliegen, doch vielleicht werd ich auch nur solche Leute kriegen Ja, dann wird das hier ziemlich einfach, Mann, und ich lauf hier durch und bin ganz entspannt Ich war sogar auf deinem Kanal, was ein kranker Scheiß, du rapst seit über nem Jahr und hast bisher nichts erreicht Ich nur für ein paar Monate, doch treff dann wenigstens den Takt und werd zu gegen nen Versager, der sich nie weiterentwickelt hat Ich hab deine Quali gesehen, doch fand den Scheiß peinlich und das Volk im Karmel 14 Krankheiten gleichzeitig, üb noch mal paar Jahre, denn bisher feiert keiner deine Lines Ey, yo krank, oder ja, du fliegst den ZR2 Ja, und ich denke, dass du schwach bist, müsste ich deine Runde gegen mich prediken, würd ich sagen Absolut kein Angriff, und achte ich mal auf deinen Text, scheiße, Mann, dann seh ich Gute Zeilen findet man da leider ziemlich wenig Ich hab keine Lust mehr, mir deinen Scheiß zu geben, warum du hier rapsst, das kann ich nicht verstehen Aber fuck it, gegen dich sollte das hier noch reichen, Junge, sei nicht mehr leicht, doch uns kann man nicht vergleichen Du kannst nicht sprout, deshalb halt deinen Maul, alles was du machst ist ziemlich scheiße Junge, ich werb dich einfach raus, also perpist dich aus diesem Turnier Ich dachte wirklich, ich werd erste Runde fliegen, doch vielleicht werd ich auch nur solche Leute kriegen Ja, dann wird das hier ziemlich einfach, Mann, und ich lauf hier durch und bin ganz entspannt